Ich bin von Beruf Rechtsanwalt in Frankfurt am Main und das ist ein sehr schöner Beruf. Da hat man viel vor sich. Man kann Notar werden und gerade in dem Bereich gibt es interessante Rechtsfiguren, beispielsweise im Baurecht. In Frankfurt soll ein neues Hochhaus der Bank für Gemeinwirtschaft gebaut werden und von diesem geplanten Hochhaus wird von der Spitze eine gedachte Linie unter einem Winkel von 45 Grad gezogen bis auf den Boden. Alle Häuser, die sich in diesem Kegelbereich befinden, bzw. deren Eigentümer, die können gegen das Hochhaus jetzt Einspruch erheben. Ein Eigentümer, der wohnt in der Klüberstraße, die schon von der Deutschen Bank überdacht ist, hat den Einspruch nicht erhoben, sondern er hat kostengünstig darauf verzichtet. Das heißt, er bekommt eine Million Mark im Jahr, 100 Jahre lang. Und ein solcher Vertrag muss von einem Notar abgeschlossen werden. Das ist auch gebührenrechtlich interessant. Sie sehen also, dass dieser Beruf doch in erster Linie eine Herzensangelegenheit ist. Man ist als Rechtsanwalt und Strafverteidiger vorbereitet auf die Wirrnisse und Gefahren des Lebens oder auch auf das, was danach kommt, also aufs jüngste Gericht. Ich meine jetzt nicht, dass ich direkt an Gott glaube, aber man weiß ja heutzutage wirklich nicht mehr, es kommt so viel wieder. Da ist man auch nicht davor gefeit. Und ich habe nur einen Einwand gegen das jüngste Gericht. Meine Frau und ich, also wir sind in einem Alter, da ist an sich nie viel passiert in den letzten Jahren und auch vorher nicht und wird wahrscheinlich auch nichts mehr. Also im Sündenbereich meine ich jetzt. Und ich denke, wir kommen dann so quasi ins Paradies nach einer kurzen Verhandlung. Die Kinder aber, wie die heute so sind, ja, nicht wahr, don't very be happy und sit and wait, mal gucken, was da kommt, die werden wahrscheinlich in die Hölle kommen. Und jetzt stelle ich mir das so vor. Meine Frau und ich im Paradies jubilieren? Auf ewig? Die Kinder in der Hölle schmoren? Auf ewig? Und das ist doch familienpolitisch überhaupt nicht gut durchdacht? Die paar Jahre, die man sich auf der Erde nicht verstanden hat, sollen jetzt noch durch eine ewige Trennung verlängert werden? Das finde ich nicht gut. Da hat es sich doch gar nicht gelohnt, eine Familie zu gründen. Da hätten wir von vornherein drauf verzichten können. Auf diese ganzen anderen Sachen genauso. Auf der anderen Seite, was soll's mit Reformvorschlägen beim jüngsten Gericht? Das lohnt sich ja schon nicht mal hier auf der Erde. Ja, sehen Sie mal, es gibt ja keine Politik mehr. Wo man hinschaut, klebt zwar ein Politiker, aber was macht der? Kultur. Viel Kultur, Musikkultur, Multivitamin, Multiple Sklerose, Multikultur. Wo man hinschaut, überall Multi. Ich komme ja aus Frankfurt. Ja, da gibt es ein rot-grünes Bündnis. Farblich an sich hochinteressant. Man liest in der Zeitung, es sollen Linke daran beteiligt sein. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Alle kennen ja aber die Entwicklungen eines linken Menschen. Erst ist man dagegen, dann will man es besser machen. Dann macht man mit, ja, von der Opposition über die Revolution zur Korruption. Das ist ja auch vernünftig. Immer auf dem Dach stehen und schauen, wie die Friedenstaube wegfliegt. Nutzt ja nichts mehr. Man will doch auch mal was im Keller haben. Und das sollte schon ein bisschen mehr sein als in den Kellern von Wandlitz. Man hat es ja im Fernsehen gesehen, ja, beim Stob. Da standen neun Campingstühle. Oder bei Erich Honecker, da haben sie dreilagiges Toilettenpapier, Knoblauchpillen und Pornovideos gefunden. Also, das finde ich ja nun nach 40 Jahren Volksverarschung. Also, und das soll es gewesen sein? Nee, das ist mir zu wenig. Da haben wir doch höhere Ansprüche. Aber sehen Sie mal, in Frankfurt ist ein multikulturelles Zentrum geplant. Und das heißt, es soll alles Fremde rein. Alles, was fremd ist, soll rein. Aber auch das Deutsche in seiner spezifisch südhessischen Eigenart. Dieser Mischung aus kritischer Theorie und blauem Bock. Und ich stelle mir ein multikulturelles Zentrum so vor. Da gibt es eine Kaffeeküche, Aggressionsraum oder ein kleines Nazi-Zimmer. Und das ganze Deutsche soll so sein. Aber es soll ja wieder nicht sein und rein. Das ist dann nur so drum herum geredet. Man will seine alten Freunde mal treffen, weil man sie in Stammkneipen nicht mehr findet. Und deswegen gründet man ein multikulturelles Zentrum. Aber das sind alles so Dinger, die kann man machen. Man kann sie aber auch bleiben lassen. Ja, weil letzten Endes, wir sind doch alle Rassisten. Seien wir doch mal ehrlich. Ja, es hängt immer nur davon ab, ob das richtige Hassobjekt gerade vorbeikommt, damit man es auch selber merkt. Ich meine, wir Linken und Liberalen haben ja nichts gegen Ausländer. Haben schon mit Türken geredet. Ja, ja, um die Griechen zu ärgern. Aber jetzt, jetzt kommt unser Hassobjekt, die anderen Deutschen, die aus der DDR. The stonewashed people. Und wenn wir die anschauen, da wissen wir, wir schauen bloß in den Spiegel. Die sind wie wir. Daher der Hass, denen fehlt nur unsere exotische Schminke. Dieses Neckermann-Rumgereise in der weiten Welt. Alles gesehen, nichts dazugelernt. Aber das verbittert uns doch so sehr, dass wir eigentlich so sind wie die. Franz Josef Strauß hat doch in seiner letzten lebenden Rede nochmal gesagt, es kommt nicht drauf an, immer vom Staat was zu fordern, sondern Subsidiaritätsprinzip. Hilfe zur Selbsthilfe. Der Staat kümmert sich um Polizei, Bundeswehr und Finanzamt und der Rest wird in der Familie geregelt. Und es ist auch vernünftig durchdacht. Da ist der Dienstweg schon mal kürzer. Neulich geschah folgendes in Essen. Ein Ehepaar, beide verheiratet. Sie wollte sich scheiden lassen. Oh, sagt er, das ist mir zu juristisch. Nehmen wir das Subsidiaritätsprinzip. Hilfe zur Selbsthilfe. Er ist hingegangen, hat den Rechtsanwalt seiner Frau als Geisel genommen. Daraufhin kam die Polizei und hat ihn erschossen. Und damit war dem Mann geholfen. Ja, die Ehe wurde nicht geschieden. Sie hat gehalten bis zum Tode, wie es ausgemacht war. Und das ist Selbsthilfe. Das klappt, wenn man nur will. Ich meine auch gerade in den Krankenhäusern, ja, auf den Intensivstationen in Deutschland bis zur Ostmark nach Wien geht das. Junge Krankenschwestern leisten Selbsthilfe im Rentenbereich. Oder auch der Nationalsozialismus beispielsweise war die Selbsthilfe des deutschen Volkes gegenüber dem Versailler Vertrag. Ja, man muss auch mal die größeren Zusammenhänge sehen, ohne dass einem das weiterhilft. Aber man hat dann wenigstens mal hingeschaut. Es sind jetzt diese Zeiten der Wirrnis und des Überblicks. Das gefällt mir nicht. Mir gefällt es überhaupt nicht, wie viele Leute sich jetzt schon dauernd vom Sozialismus verabschieden. Sie haben noch niemals guten Tag dazu gesagt. Ja, das gehört sich doch nicht. Man geht doch nicht auf eine Party und sagt auf Wiedersehen. Sondern man geht hin, schaut sich die Sache an und wenn es einem dann nicht gefällt, dann kann man immer noch nach Hause gehen. Schauen Sie, das hat alles seine Vorgeschichte. Im letzten September kam ein altes Mütterchen zu Erich Honecker und hat ihm gesagt. Sagen Sie mal, Genosse, ich hätte mal eine Frage. Bleibt zwar hier, aber ich will nur mal fragen, wer hat eigentlich den Sozialismus erfunden? Waren das Wissenschaftler oder Arbeiter? Oh, hat Erich Honecker gesagt. Damals noch relativ gut gelaunt. Das waren natürlich wir Arbeiter. Ja, meinte das Mütterchen. Das nimmt mich nicht Wunder, denn wenn es Wissenschaftler gewesen wären, hätten es doch erst mal an Ratten ausprobiert. Da hat Erich Honecker gesagt. Das gefällt mir jetzt nicht. Das ist mir zu antikommunistisch. Darüber gebe ich die Sache mit dem Sozialismus, dem Egon Krenz und der fürzt dann zu Ende. Ja, das hat ja dann auch funktioniert. Auf der anderen Seite finde ich persönlich, der Sozialismus an sich ist ja gar keine schlechte Idee. Gleichberechtigung, ein Tupfer Freiheit. Freiheit ist stets die Freiheit der Andersdenkenden. Ja, Rosa Luxemburg. Von Andershandelnden war ja nicht die Rede, war ja kein Maximalprogramm. Oder auch Überstunden waren immer gut im Plan. Also nicht 55 Stunden Woche, sondern Subotnik. Die Sonne soll ohne Unterlass scheinen. Also großes Urlaubsprogramm inklusive integrierter Klimakatastrophe. Das war alles im Sozialismus drin. Vergleichen Sie das doch mal mit der anderen guten Idee, die es auch noch gibt. Christentum. Nächstenliebe, bis es weh tut. Auch spitze eigentlich. Jetzt, das Christentum gibt es seit 2000 Jahren und ist immer noch nicht total durchhumanisiert. Trotzdem machen die weiter. Der Sozialismus dagegen soll schon nach 70 Jahren abgeschafft werden. Das ist doch ungerecht. Überlegen Sie sich mal oder vergleichen Sie mal die Inquisition mit den Moskauer Prozessen. Da sehen Sie die Stalinisten aber gelangweilt. Viel zu früh aufgehört und Verfahrensfehler en masse. Die Inquisition hatte ein geheimes Verfahren und dann die öffentliche Hinrichtung. Im Kommunismus war es umgekehrt. Die haben halt kein Händchen für Show-Effekte. Anders die Katholiken. Wenn denen was nicht gefällt, wovon sie nichts verstehen, lassen Sie die Glocken läuten. Stellen Sie sich mal vor, die Kommunisten würden das machen. Das gäbe einen Heidenlärm. Aber von der Seite hört man nichts mehr. Naja, ich auf jeden Fall bin jetzt aus innerer Überzeugung und aus Trotz Stalinist. Wir sind nicht viele. Wir treffen uns relativ regelmäßig. Wir haben das Gefühl, wieder am Rand der Gesellschaft zu stehen. Also für nichts verantwortlich zu sein, was passiert. Kurz, wir sind Elite. Und es ist auch ganz schön. Die alten Bücher stehen rum, Hammer und Sicher liegen auf dem Tisch, falls es mal was zu essen gibt. Man sieht also, ich beschäftige mich mit Mythologie. Habe ich neulich in meiner Kanzlei gesessen und habe in so einem alten Buch über die griechische Antike nachgelesen. Da gibt es eine interessante Figur. Hephaistos. Das war der Sohn von Zeus und Hera. Und als der auf die Welt kam, hatte er einen verkrüppelten Fuß. War ja damals noch die Zeit vor der Genomanalyse. Da musste man nehmen, was kam. Also von Emanzipation weit und breit keine Spur. Auf jeden Fall kam der auf die Welt mit seinem dicken Fuß. Und da hat die Mutter ihn genommen und ins Meer geschmissen. Vom Olymp runter ins Mittelmeer. Und als Hephaistos da unten im Wasser aufprallte, hatte überhaupt kein gutes Gefühl mehr zu seiner Mutter. Ganz anders Oedipus, wie man liest. Aber dem haben sie den Fuß auch später durchgesäbelt. Also auf jeden Fall hat der Hephaistos trotzdem Freunde gewonnen. Diese einäugigen Riesen, diese Zyklopen, diese Polyphem-Kameraden. Und er hat selber eine Firma gegründet, eine Schmiede. Hat dort die Pferde des Eros geschmiedet und andere unnütze Sachen. Auf jeden Fall stelle ich mir immer vor, wie er so durch die Antike hinkt und sagt, den werde ich es nochmal zeigen. Und in dem Moment geht die Tür auf und es kommt einer reingehinkt. Oh, dachte ich, da hast du es. Kaum hatte ich von ihm gelesen, schon ist er da. Man kann ja heute nicht mehr unterscheiden zwischen Mythos, Wahrheit und tiefere Bedeutungslosigkeit. Aber er war es nicht, sondern es war einer aus dem Frankfurter Nordend. Der wollte sich von mir als Rechtsanwalt in einem Strafprozess vertreten lassen.